Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The Jokeraft und herzlich willkommen zu einer unglaublichen Folge eurer Einsendung. Denn heute gibt es ein vollständig nur mit Redstone gebautes Mensch ärger dich nicht. Und das ist wirklich unglaublich verrückt. Twyla ist da. Hallo Twyla, ich grüße dich. Moin. Wir beide werden uns dieses Spiel heute mal angucken. Und das Spiel wurde gebaut von Meliodas, der ist echt ein Redstone-Künstler ohne weiteres, also ohne gleichen wirklich. Ein Redstone-Mensch ärger dich nicht schreibt er. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge eurer Einsendung und das schauen wir uns heute an. Also, es ist unglaublich brillant gemacht, denn hier unten ist alles nur mit Redstone gelöst und wir haben hier Figuren. Diese Figuren sind, wenn wir mal hier in den Game-Mod gehen, sitzen auf unsichtbaren Amor-Stands und diese unsichtbaren Amor-Stands sitzen auf dem Minecart. Das geht natürlich in Vanilla nicht, das wurde mit einem Command-Block eingefügt, aber das ist das Einzige, was hier per Command-Block eingefügt worden ist, sind diese Figuren. Und dann, dass quasi dieses Minecart da unten die Figuren bewegen kann, der Rest, Twyla, ist 100% Redstone. Bist du bereit zum Spielen? Absolut. Ich erkläre dir, wie es funktioniert. Also, man wirft als erstes in die Mitte einen Schneeball und startet damit das Spiel. Du kannst einen Schneeball werfen oder du kannst selber auf das Feld einfach drauf gehen. Jedes Feld ist sensitive, das heißt unter dem Feld ist ein Sky-Hack-Sensor und der erkennt, ob du auf dem Feld drauf bist. So, wähle eine Farbe, Twyla. Jawohl. Ich nehme Rot. Ich nehme Blau. Okay, dann funktioniert das Prinzip wie folgt. Zum Würfeln musst du dich einmal auf den Würfel fallen lassen oder einen Schneeball drauf werfen. Du darfst gerne beginnen. Jawohl. So, bam. Du hast den Würfel getroffen und der Würfel fängt jetzt an zu würfeln. In der Zeit kann ich meinetwegen auch schon mal würfeln. Ich werfe mal einen Schneeball drauf. So, du hast jetzt eine Reihe gewürfelt. Das ist natürlich jetzt doof, weil du brauchst eine Sechs, um rauszukommen. Jetzt würfel ich mal eins. Du bist dran, du darfst wieder würfeln. Einfach drauf oder einfach auch drauf dich werfen lassen. Das geht beides, ne? Auch ich würfel jetzt nochmal, dass es immer schön nacheinander jetzt sind. Es wird so lange gewürfelt, bis du eine passende Zahl hast. Ah, jetzt musst du, glaube ich, nochmal machen. Achso, genau. Ich glaube, den Würfel musste ich jetzt gerade nochmal anklicken. Es ist so brillant gemacht. Und jetzt geht es immer so lange weiter, bis einer von uns eine Sechs gewürfelt hat. Ja. Ah, okay. Du hast jetzt eine Sechs gewürfelt. Gut. Der nächste Schritt ist, jetzt musst du deinen Spieler auswählen. Das heißt, du musst jetzt quasi sagen, welcher Spieler diesen Würfelzug machen soll. Das heißt, du wählst jetzt einen Spieler aus von deinem Feld und dann geht's los. Du hast jetzt einen Spieler ausgewählt und, ja gut, es ist jetzt egal. Es wird natürlich jetzt quasi der nächstbeste Spieler hier rausgewählt. Und du siehst, der wird jetzt rausgenommen. Du darfst jetzt nochmal würfeln, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ne? Ja, sollte. So, und jetzt kannst du gucken, was wir jetzt haben. In der Zeit schaue ich mal. Ich habe eine Fünf gewürfelt. Ich darf gleich nochmal. So, also direkt nochmal Würfel, um den Würfel nochmal abzuwählen. Neue Würfel. Was kommt bei dir dabei raus? Eine Eins. Und jetzt kannst du den Spieler einmal auswählen, indem du den Spieler anklickst oder mit einem Schneeball abwirfst. Und der nimmt sich jetzt die Würfelzahl und geht jetzt um ein Feld weiter, wie du siehst. Ist das nicht Wahnsinn? Wahnsinn, ja. Nochmal, alles nur Redstone. Keine Command-Böcke. Es ist reines Redstone, was ihr hier seht, dass es funktioniert. Trilla. Bin ich schon wieder dran? Ja, jetzt bin ich gerade nochmal dran. Also quasi, wir müssen natürlich ein bisschen die Spielroutine einhalten. Das kann die Technik jetzt nicht überprüfen. Aber egal. Ich habe eine Sechs. Na, endlich. So, das heißt, ich kann jetzt einen meiner roten Dudes hier anweisen, rauszukommen. Und darf dann gleich auch nochmal würfeln, während du schon eine Eins gewürfelt hast. Perfekt. Das passt jetzt gerade noch ganz gut. So, und was habe ich gewürfelt? Auch eine Eins. Mann, ein unverschämtes Glück hier. So, du bist dran, Trilla. Ja, ich fahre dann einfach die Eins, würde ich sagen. Okay, top. Habe ich ja jetzt schon gewürfelt. Genau, und dann würde ich jetzt auch schon mal würfeln in der Zwischenzeit. Und die Besonderheit ist, wenn jetzt tatsächlich ein Spieler auf das Feld eines anderen Spielers geht, dann ist es halt wie, Mensch, ärgere dich nicht, ne? Dass der Spieler den anderen Spieler zurück nach Hause kickt. Also ich denke mal, die meisten von euch kennen, Mensch, ärgere dich nicht. Die Spielregeln ist ganz einfach. Man muss nur sechs würfeln, um rauszukommen. Nachdem er rausgekommen ist, würfelt man, um einmal eine komplette Runde zu machen. Und am Ende kann man hier in die Mitte reinfahren quasi. Bist du dran? Zwei. Achso, der Würfel hat zwei. Oh, ich glaube, jetzt habe ich den Würfel wieder abgeklickt. Also das Schöne bei Mensch, ärgere dich nicht, ist, du musst keinen Zug machen bei diesem Mensch, ärgere dich nicht. Das heißt, nachdem du gewürfelt hast, kannst du auch den Zug sein lassen, indem du den Würfel anklickst. Würfel nochmal. Ich habe jetzt eine drei gewürfelt. Und ich möchte, dass jetzt dieser Spieler die Würfelzahl weitergeht. Ey, es ist so brillant. Vor allem auch, dass wir hier mit Schneebänden das anklicken können. So, was hast du gewürfelt? Er denkt noch nach. Er denkt noch nach. Es ist eine zwei geworden. Und du klickst das jetzt an. Und der Kollege geht um zwei nach vorn. Wenn ich jetzt den Würfel anklicke, man sieht das richtig, wo genau gewürfelt wird. Hier unten ist Grafikkartentechnik in Minecraft zum Einsatz. Ich sehe das hier gerade. Das ist so nice. Hier ist zum Beispiel die Würfeltechnik, die jetzt gerade quasi rausfindet, welche Zahl gewürfelt werden soll. Zack, die Zahl wurde gewürfelt, wird an die Würfel geschickt. Und es ist eine Eins. Ach, Mann. So. Dann hast du dir Zeit. Dann hast du dir Zeit. Ja, wow. Eile mit Weile. Eile mit Weile ist auch gar nicht auf meinen Fersen. Mit einer Sechs. Nee, nee. Wenn ich eine Sechs würfel, kann ich natürlich sechs Felder vorwärts gehen. Oder ich hole die nächste Person aus dem Feld. Aber je mehr Personen auf dem Feld sind, desto dover ist das Ganze. Gibt es doch nicht. Wir schauen mal, was passiert. Ich glaube, es ist eine Achtzeit. Mann, nur Einsen hier. Ah. Vor allem, wir haben uns in der letzten Folge der Einsendung ja ein Schiffe versenken von Miliodas angesehen. Und da hatte er schon. Oh, ich habe eine Sechs. Ich habe eine Sechs. Da nehme ich jetzt eine aus meinem Feld. Da hatte er ja schon diese Idee gehabt, dass man auf dem Feld drauf springt. Und ich wusste gar nicht, dass man es auch mit Schneebellen machen kann. Aber es natürlich ganz raffiniert ist. So, Twitter, ich kann nochmal würfeln. Das ist jetzt nicht gut für dich. Wenn ich eine 3 jetzt würfel, wäre das sehr lustig, sagen wir mal so. Aber dieses Prinzip eben halt, dass man sich auf dem Feld drauf werfen kann oder mit einem Schneeball das tringeln kann, ist natürlich halt auch eine geile UI. Schon wieder eine Sechs. Was machen wir denn jetzt? Pass auf. Pass auf. Pass auf. Pass auf. Ich bring den Kollegen hier vorwärts. Tschup. So. Und wir warten mal ganz kurz, weil ich kann jetzt nochmal würfeln. Aber es gibt noch eine Sonderregel. Wenn man viermal eine Sechs würfelt, dann muss ich alle Spieler in mein Haus bringen. So. Mein Spieler hat sich auf den Weg gemacht, ne? Genau. Da läuft er gerade. Und das ist so cool, dass das auch so funktioniert. Okay. Bin ich fertig? Der Würfel müsste sich ja abwählen nach meinem Zug, oder? Keine Ahnung. Muss ich jetzt nochmal drücken auf den Würfel? Ich glaube, ich muss nochmal auf den Würfel drücken. Und jetzt kann ich nochmal würfeln. Das sind natürlich noch so Kleinigkeiten. Ach so, freimachen. Muss ich freimachen? Oder weiß ich nicht. Aber ich kann ja eh jetzt nochmal würfeln. Also man muss schon freimachen. Und ... Das gibt's doch nicht, ey. Beim nächsten Mal werden alle ... Das ist die dritte, ne? Ja, das ist die dritte. Jetzt nochmal. Sechs wäre nicht so lustig. Und ich muss nochmal würfeln. Oh oh. Komm, zu viel Glück will ich jetzt auch nicht haben. Ich will jetzt keine sechs haben. Bitte. Ach, Gott sei Dank. Ja, dann schnell weg hier, bevor Twilight kommt. Okay, du bist dran. So. Und jetzt kann man das nochmal ganz gut sehen, wie das alles hier abläuft. Also quasi die ganze Technik hier unten. Hier wird gerade gewürfelt. Das ist wirklich richtiger Zufallsgenerator auch mit dem Würfeln. Sauna ist gemacht. Ich frage mich, wie genau der Zufallsgenerator hier getriggert wird. Also was ... Oh, ich hätte so eine fünf. No. Es ist ... Mensch, ärgere dich nicht, Leute. Jetzt bin ich gespannt. Funktioniert das? Jetzt bin ich sehr, sehr gespannt, ob das Spiel auch die Redstone-Technik das rauskriegt. Was passiert jetzt? So. Wird der jetzt wieder zurück ... Also wird mein Roter jetzt von alleine zurück in meine Base geschickt? Dann müssen der Technik ein bisschen Bedenkzeit geben. Ja, wird er. Wow. Wow, ist das gut gemacht. Only Macaronis. Und wir sehen das jetzt quasi richtig, ne? Die fahren die ganze Zeit auf Minecarts. Also wir sehen quasi, hier ist das Minecart mit meiner Nummer. Und das fährt dann halt die ganze Zeit auch in Echtzeit. Ja, jetzt bin ich dran. Oh Mann, Twila. Ich hab das Gefühl ... Entschuldigung. Du gewinnst. Alles gut. Wir können aber so lange spielen, bis die erste Figur eingelocht ist. Weil einen Kollegen davon hab ich ja noch. Und den werde ich jetzt ... Ich hab eine Sechs. Nix da. Ich hol jetzt jemanden raus aus der Bühne. Und jetzt sehen wir das auch richtig. Guck mal, jetzt seht ihr auch richtig, wie das Minecart hier dann getriggert wird. Hab ich das Feld dort getroffen? Ich glaub, jetzt hab ich's getroffen. Okay. Man sieht's jetzt auch richtig, genau, wie das Minecart hier getriggert wird. Und das Minecart fährt dann hier auf das Feld. Da ist jetzt das Minecart. Und wenn ich jetzt nochmal den Würfel anklicke ... Wir lassen uns nochmal kurz würfeln an dieser Stelle. So. Und ich werde jetzt ... Egal, was passiert, wir müssen ja frei machen. Das heißt, ich drück jetzt mal den Kollegen hier an. Was wird es? Was wird es? Der Würfel braucht ein bisschen lang. Das könnte man vielleicht nochmal optimieren, dass der Würfel ein bisschen schneller ein Ergebnis packt. Man könnte zum Beispiel optimieren, hier Technik gelabern, indem man jetzt schon, nachdem der Würfel gewürfelt hat, jetzt schon nochmal würfelt und das Ergebnis quasi scheduled und bereithält, dass quasi der Würfel nur noch das letzte Ergebnis laden muss, ganz schnell. So. Jetzt drück ich mal hier drauf. Und ihr seht jetzt richtig, wie mein Minecart ... Wo ist es? Ich hab's aus den Augen verloren. Hier. Irgendwo. Ist schon weitergefahren. Toll. Ähm. Weiterfährt in dieser Technik. Twila ist dran. So. Bin mal gespannt, was das jetzt wird. Eine 4. Oha. Aber es ist so nice gemacht. Und wir spielen jetzt nochmal ein bisschen und schauen mal, wie weit wir kommen. Okay, jetzt bin ich mal sehr, sehr gespannt, ob das geht, weil das weiß ich mir jetzt gerade nicht. Wie ist das denn eigentlich? Ich hab jetzt eine 3 gewürfelt. Und kann ich, ich kann doch, glaube ich, den jetzt hier im echten Mensch ärgerlich nicht so positionieren, dass er nach da hin geht, ne? Aber die Frage ist, technisch gesehen ist das ziemlich schwierig. Ich bin mal gucken, was die Technik jetzt macht, weil jetzt würde ja ein Minecart in ein anderes Minecart fahren. Ach, du Scheibenkleiste. Emilio, das hat sogar daran gedacht. Das hat funktioniert. Die, äh, Figuren wurden zwar jetzt ausgetauscht, aber es funktioniert. Der Typ ist tatsächlich auf das Feld gegangen. Es wurde sogar daran gedacht. Aber ja, klar, es ergibt ja total Sinn. Wenn eine Figur von hinten kommt, geht dann einfach die andere Figur weiter. Also, Fife hat, es wurde wirklich an alles gedacht bei diesem Mensch, ärgere dich nicht. Und das ist nur Redstone. Nur Redstone. Keine Command-Blocke, kein gar nichts. Nur Redstone. Was ist das hier? Ah, das sind, ah, verstehe, Einstellungen. Oh, oh. Oh, das ist aber, ähm... Nein! Nein! Ah. Und er ist so weit gekommen, der Bursche. Er ist so weit gekommen und wird verschluckt hier. Nein! Er hat jetzt vor allen Dingen eine ganz schöne Wegstrecke, nochmal zurückzulatschen, ne? Da, 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 da. Da, 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 da. Ah, Tuila! Ich hab keinen Bock mehr! Ach so. Äh, und das Coole ist, wenn man wirklich keinen Bock mehr hat, dann macht man das hier und schaltet das Spielbrett einfach aus. Und wenn das Spielbrett sich ausschaltet, dann wird automatisch alles resettet. Und das ist auch so cool, dass das einfach geht. Einfach Spielbrett ausschalten und die gesamte Technik geht automatisch in den Standby. Alle Figuren gehen wieder zurück nach Hause, reihen sich hier in Ordnung ein und das Spiel ist dann wieder ready für die nächste Runde. Und? Was ist dein Fazit? Mega nice. Ich, für mich ist es immer noch Magie. Ja, es ist nett, ne? Mhm. Es ist, es ist sause nett. Also ein paar Techniken erkennt man hier tatsächlich wieder, sowieso quasi hier Grafikkartentechnik für den Zufall des Würfels. Eine Sache lässt mich gerade wirklich, das lässt mich wirklich hier nicht in Ruhe. Wie genau determiert der Zufall? Der Zufall ist nämlich determiniert durch, ähm, durch, durch eine Länge. Das heißt quasi, der Würfel würfelt unterschiedlich lange, ja? Und weil der Würfel unterschiedlich lange würfelt, ist das quasi der Zufall. Aber die Frage ist, wo wird die Länge eingestellt? Also was genau gibt die Länge vor, wie lange gewürfelt wird? Das ist die Frage. Weil den Würfel hätte ich sonst einfach mit einem Dropper gemacht, der neun Items, äh, sechs Items ausspuckt. Aber hier, dieser Miliodas hier, der hat das anders gemacht. Der hat irgendwie ne Länge am Laufen. Oder ist es doch ein Dropper, der neun Items ausspuckt? Äh, never mind, never mind. Ich hab nichts gesagt, Twila. Ich nehm alles zurück. Hab nichts gesagt. Ich nehm alles zurück. Es ist doch ein Dropper, der einfach sechs Items ausspuckt. Und ich bin einfach zu doof. Ach, das hier oben ist die Animation. Klar, das ist die Animation, dass sich das da drum herum dreht. Okay. Also, wir sehen, ich sollte mal besser hier nicht die Technik analysieren. Ich krieg das gar nicht hin. So, Twila. Ein herzliches Dankeschön, dass du dir Zeit genommen hast, mir das anzugucken. Es ist echt ein cooles Spiel. Absolut. Ich bin echt insane begeistert, was mittlerweile in Minecraft Redstone möglich ist. Also auch ganz großes Dankeschön an Twila. Und an Miliodas, wollte ich gerade sagen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bis bald und ciao, Leute.